meine Schmerzen an der Wirbelsäule und den Füßen. Vor allem genieße ich die wohltuende Wirkung des Heilwassers auf meine Haut. Die Behandlung hier tut mir sehr gut und ein paar Flaschen des anregenden Trinkwassers nehme ich jedes Mal auch nach Hause mit. In einem separaten Gebäude der Kuranstalt befindet sich das Restaurant mit 250 Sitzplätzen für Kurgäste und andere Besucher. Auf der Speisekarte finden sich typische Gerichte aus der Region, aber auch Spezialitäten der internationalen Küche.